Du musst jetzt tief einatmen. Ich weiß, was du bist, Kate. Du bist ein Höllenmädchen. Aber das muss unser Geheimnis bleiben. So kann ich dich beschützen. Beschützen? Wovor denn? Deinem Dämonen. Ich habe eine Vision. Ein Mädchen mit grüner Friese. Sie sieht wirklich, wirklich aus. Hallo. Wir sind die magischen Entstatter. Wie Bestatter. Nur andersherum. Weil wir deine Meister sind, befehlen wir dir zu verschwenden. Ja, sonst... Ihr blufft ja nur. Oh, yeah! Pets Dämonen beschwören die Armee der lebenden Todes. Meine Dämonen. Mein Problem. Ich schwöre es. Aua! Aua! Unser Tag! Aua! 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 Guten Morgen, Arbie-See! Vrohlockend. Denn ich wandle wieder unter den Lebenden. Ich suche keine Freunde. Ich bin ein Pechmagnet für Familie und Freunde. Sie sterben. Ich bin ein Pech.